Wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. In einer Zeit, in der unser Fortschritt und unser europäisches Lebensmodell gefährdet sind. Der Konflikt mit Russland, aber auch das Streben Chinas zeigen, dass die globale Weltordnung in Bewegung ist. Gerade jetzt müssen wir als Europäische Union zusammenhalten. Gerade jetzt müssen wir die Europäische Union als Wertegemeinschaft verteidigen. Wir müssen uns auf unsere europäischen Stärken zurückbesinnen. Denn in allen Krisen und in all den zahlreichen Herausforderungen, denen Europa heute zweifellos gegenübersteht, können wir die Chance auf die so notwendigen Veränderungen sehen. Wie Jean Monnet gesagt hat, Europa wird in Krisen geschmiedet. Lasst uns ein gemeinsames Europa schmieden. Merci beaucoup pour la collaboration pendant votre Présidence. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous.